Guten Morgen, liebe Leute. Es ist meine letzte Tagesetappe angebrochen. Und entlang so einer wunde Straße kann ich hier wunderbar auf dem Fahrradweg fahren. Ich habe noch ca. 115 Kilometer vor mir. Und, Achtung, Glas. Gott sei Dank, auch wenn ich Glas auch auf dem Fahrradweg habe, habe ich auch gar kein Problem. Also bis jetzt keine einzige Reifenpanne gehabt. Gott sei Dank. So. Da haben wir wieder so einen Sonnenaufgang. 0,2 Grad Celsius. Tja, könnte man sagen, das ist mein kältester Morgen. Die Wildgänse fliegen. Also vielleicht dreht ja doch gerade noch der Wind mal endlich von Nordost auf südwestliche Richtung. Und da kommt so eine Diesel-Lok. Tja, Neubaugebiet. Tja, Tja. Wochenfleisch ist drin. Und im Monat. Jetzt kommt. Oh, hat der Wind. Doppelte Posten und Lungen-Sucker rein. Und Rühe. Einmal, zweimal, haben wir jetzt geweisen. So, durchführen. Und da gibt es gleich wieder Energie. Ich bin 80 Kilometer weg von der Grenze. Gott sei Dank. Also, bei dem Gegenwind schätze ich so 5-6 Stunden noch, ohne Pausen gerechnet. Kommt gleich ein Schuss, wenn das alles abgekühlt ist, noch ein Schuss Orivenöl dazu. Und da gibt es Energie. So sieht das jetzt aus. Und das Trockenfleisch gibt echt Pepp. Hier drinne. Mh, lecker. Gott sei Dank, kein Regen. Und es scheint echt wärmer zu werden. Noch 50 Kilometer, da ist das Schild. Wo es in die Ukraine geht. Auf solchen Radwegen hat es mich jetzt also die letzten 50 Kilometer hierher gebracht. Manchmal asphaltiert, meistens asphaltiert. Aber in so Städten wie hier gepflastert. Aber immerhin Radwege. Also, kurz vor der Grenze, vielleicht melde ich mich nochmal. So Leute, ich hab's geschafft. Ich bin an der Grenze. Und bevor ich gleich nicht mehr filmen darf, nehme ich jetzt noch den letzten Schott auf. Und wenn es souka ist, dass es nicht mehr Zeit ist. So, jetzt bin ich abgeholt worden, da ist das Rad drin, also die letzten 42,5 Kilometer hat man mir erspart und tschüss. Engel er ekkert að vera þessa. En hún í fæðin, er hún í fæðinu í ísli. Jákóði, 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 Jákóði.